Ein Rhinozeroth Mit wenig Manieren Damals passte dem Nashorn seine Haut ganz gut Es hatte nirgendwo Falten Es sah eigentlich genauso aus wie ein Spielzeug-Nashorn, bloß natürlich viel größer Trotzdem hatte es damals keine Manieren Und heute hat es keine Manieren Und es wird auch nie Manieren haben Musik 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 Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir mit 1-2-3-Bos euer Frühstück nicht auch fertig werden Musik 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 Untertitelung. BR 2018